Wenn Skeptiker behaupten, dass die Exodus-Erzählung historisch widerlegt sei, dann ist dies einfach nur eins sachlich falsch und vollkommen überzogene Bibelkritik. Tatsächlich ist richtig, dass sich viele Gelehrte und die führenden Gelehrten darüber streiten, in welchem Ausmaß der Auszug aus Ägypten als historisch und als historisches Ereignis sowie überhaupt als historisch fassbar gelten kann. Was jedoch definitiv nicht der Fall ist, ist, dass ein Konsens besteht, dass alles, was im Alten Testament und im Pentateuch berichtet und niedergelegt ist, sowohl über den Propheten Mose als auch über den Auszug aus Ägypten und die Wanderschaft durch die Wüste ahistorisch ist und dies auch historisch nachgewiesen ist. Das stimmt letzten Endes nicht und ganz im Gegenteil. Die meisten Forscher rechnen sogar ernsthaft damit, dass ein historischer Kern hinter der Mose-Überlieferung und der Überlieferung des Exodus steht. So ist zum Beispiel leicht nachzuweisen, dass gewisse Züge zur Persönlichkeit des Mose historisch sein müssen, weil sie nicht in die Erzählzeit, sondern viel besser in die erzählte Zeit hineinpassen und es aus tendenzkritischen Gründen unmöglich ist, dass diese Dinge spätere legendarische Ausgestaltung sind. Auf der anderen Seite lässt sich nachweisen, dass es tatsächlich hebräische und semitische Sklaven in Ägypten gegeben hat, dass es auch Protest- und Aufstandsbewegungen dagegen gab. Und es lässt sich auch nachweisen, dass es Bewegungen außerhalb, dass es Bewegungen nach draußen gab, also Fluchtbewegungen, Migrationsbewegungen auch nach Kanan und dass tatsächlich in dieser Zeit der Wanderschaft es Leute gegeben hat, die dann eben als Führer, als Anführer eingesetzt wurden und die dann auch eben, genauso wie es überliefert ist im Pentateuch zu den Zehn Geboten, zum Dekalog, eben solche Bundestafeln eben präsentierten, um die Regeln in einer gewissen Sippschaft vorzugeben. So, nun ist es so, dass wenn wir uns Mose, den Propheten Gottes und die Wanderung durch die Wüste ansehen, ja, dann lässt sich daraus, ja, dann lässt sich aus den Texten über dieses Ereignis ein Rückschluss über einen historischen Kern ziehen, weil es Hinweise dafür gibt, dass diese Texte historisch zuverlässiger sind, als Skeptiker ihr zubilligen wollen. Das bedeutet, wir haben uns schon einmal mit dem Exodus beschäftigt, ja, wir werden das vielleicht, so Gott will, noch ausführlicher tun, ja, aber wir haben einmal Indizien gesehen, dass die Exodus-Erzählung auf einem historischen Kern basiert. Laut Bibel waren die Israeliten 40 Jahre auf Wanderschaft durch die Wüste, ja, dabei wurden zahlreiche Rituale und Bräuche vom Propheten Mose offenbart, ja. Wenn dem tatsächlich historisch so ist, dann müssten diese beeinflusst von ägyptischer Kultur sein. Wenn nicht authentisch, dann könnte man sehr starke und massive assyrische Tradition auch in diesen Ritualen sehen. Und wenn diese Rituale von assyrische Tradition geprägt sind, dann können wir davon ausgehen, dass es wirklich eine Anpassung aus späterer Zeit ist und nichts davon irgendwie als historisch gelten kann. Doch was wir stattdessen lesen ist, dass der Exodus-Bericht definitiv sehr gut in eine frühe ägyptische Periode passt. Eines der Totschlag-Argumente von Kritikern gegenüber dem Exodus und gegenüber der Wanderung durch die Wüste, ja, dem Auszug aus Ägypten, ist eben das Argument, dass es überhaupt keine archäologischen Funde gäbe, die das Ganze untermauern. Das bedeutet, es gibt keinerlei archäologische Beweise dafür, dass sich die Israeliten in der Wüste aufgehalten hätten oder dass solche größeren Wanderbewegungen jemals stattgefunden hätten. Nicht nur, dass dies vollkommen falsch ist, sondern auch noch, dass zwei Punkte und noch mehrere Punkte, die ich jetzt nennen werde, da eben relevant sind zu beachten. Denn es gab keine größeren Nachforschungen und Expeditionen auf der Sinai-Halbinsel, die irgendwie rechtfertigen würde, zu sagen, wir haben jeden Flecken abgesucht und nicht den geringsten Hinweis auf den Exodus gefunden. Das ist schlicht und ergreifend ein Argument, das falsch ist. Außerdem haben Landarmeen und Karawanen dieses Gebiet durchstreift, ja, und zwar sehr viele davon, ohne auch nur einen kleinen Hauch von archäologischen Spuren oder Inschriften zu hinterlassen. Was definitiv auch eine Rolle spielt, ist der Wetterfaktor, der vieles einfach vernichtet haben dürfte. Und bei 100 bis 200 Beduinengenerationen, nur nochmal so aus mathematischer Sicht, fehlen uns Millionen begrabener Überreste seit dem Bronzezeitalter. Wenn wir davon ausgehen, ja, auch auf Basis des biblischen Berichtes, dass zwei Millionen Leute am Exodus beteiligt waren, 40 Jahre lang sich in der Wüste der Sinai-Halbinsel aufgehalten haben, ja, und das dann in Relation zu dem setzen, dass wir bei 100 bis 200 Beduinengenerationen so gut wie gar keine Überreste finden, ja, seit dem Bronzezeitalter, dann müssten wir das so vergleichen, als würden wir erwarten, dass sich letzten Endes 20.000 Nomaden in 4.000 Jahren irgendwie nachweisen ließen. Eine rechnerische Absurdität also, ja. Und dadurch, dass uns bezüglich der Sinai-Halbinsel sehr viele archäologische Spuren fehlen, können wir nicht aufgrund schon allein dieses mathematischen Faktors und der Suchbedingungen, ja, der Wetterbedingungen überhaupt nicht sagen, dass die archäologische Abstinenz gewisser Hinweise auf den Exodus rechtfertigen würde, die Existenz oder die Historicität dieses Ereignisses infrage zu stellen. Das ist ein Argument, das schlicht und ergreifend nicht stimmt. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass es keine Beweise, dass es keine starken und schlagenden Beweise für die Historicität des Exodusberichts gibt, ja. Stattdessen finden wir interne Beweise dafür, dass aus einer früheren Zeit diese Ereignisse stammen und in der sogenannten Kontext-Plausibilität auch historisch plausibel gemacht werden können. Das bedeutet, wir haben Merkmale aus einer früheren Zeit und das, was in dieser früheren Zeit geschildert wird, passt auch in den historischen Kontext dieser erzählten Zeit, ja. Fangen wir einmal mit der Bundeslade, dem Kultobjekt der Bundeslade an. Ja, schon einmal angeschnitten möchte ich das jetzt nochmal etwas ausführlicher ausbreiten. Denn die Bundeslade und ihre Konstruktion und wie sie beschrieben wird im biblischen Bericht, passt perfekt in den kulturellen Kontext, in die Kultur dieser Zeit, ja. Ja, denn im späten Bronzezeitalter, ca. 1500 bis 1200 v. Chr., gab es ägyptisch-ritualistisches Inventar, das genau mit dem übereinstimmt, was wir an Beschreibungen der Bundeslade im Bericht der Bibel finden. In Deuteronomium 10, 2 bis 5 finden wir, dass dieser Kultkasten der Bundeslade zum Tragen von Kultobjekten benutzt wurde. Genau das ist es, was auch in Ägypten ritualisiert wurde, ja. In Exodus 25, 12 begegnen uns lange entfernbare Stangen zum Tragen, ja. Auch das wurde bei der Konstruktion dieser Kultkästen zur Transport von Kultobjekten in Ägypten benutzt. Genauso wie Exodus 25, 11 und 37, 2, dass diese goldüberzogene Boxen innen wie außen gewesen sind und Numeri 4, 8, dass sakrale Statuen oben am Deckel angebracht waren. Solche Schreine für Götter, mit denen man auch Göttern begegnen konnte, ja. Mit denen man mit ihnen kommunizieren konnte, ja. Genauso wie sie in der Bibel dargestellt und beschrieben sind, passen genau in ägyptisch, äh, in ägyptisch, ähm, ja, in ägyptisch-ritualistisches Inventar, wie wir es auch nachweislich finden. Solche Kultkästen, wie sie in der Bibel, äh, wie sie uns in der Bibel in Form der Bundeslade begegnet, gab es, die existierten nachweislich. Das bedeutet, das ist schon einmal der erste historische Anhaltspunkt auf frühe Ereignisse in dieser frühen Zeit, ja. Ja, und die Cherubim, die gegenüber voneinander, die sich gegenseitig die, die Flügel entgegenstrecken und aufeinander funkursiert sind, passt mit dem zusammen, was wir aus der Zeit von Amonhotep, dem Dritten, wissen, ja. Und zur Zeit Ramses des Zweiten gab es solche Kultkästen, die geflügelte Götter darstellten, ja. Und diese geflügelten Gottheiten, die zueinander sahen, ja, die wurden an solchen Kultkästen und auch an gewissen Schreinen und gewissen Tempeln angebracht, an gewissen Plätzen, ja. Und das passt weder vor die Zeit von Amonhotep noch in die Zeit, die viel später nach Ramses dem Zweiten kam, weil später diese Kultobjekte, wie sie uns in der Bibel und im ägyptisch-ritualistischen Inventar, wie es nachweisbar ist für diese Zeit, schlicht und ergreifend nicht mehr begegnet, weil es nicht mehr benutzt wurde. Das bedeutet, das lässt sich in diesem Kontext tatsächlich auch einbetten, auch dieser Bericht, ja. Das bedeutet, bezüglich der Konstruktion der Bundeslade müssen wir uns mit folgenden Daten rechnen. Sie kann nicht vor Amonhotep, dem Dritten, konzipiert worden sein, ja, also 1389 bis 1351 v. Chr. und auch nicht später als dem Ende der 20. Dynastie, ca. 1073 v. Chr. datierbar sein. Weitere solche Hinweise auf ägyptisches Inventar und ägyptische Techniken finden sich ebenfalls. Denn die Modelle für den Tabernakel und seiner Konstruktion, wie sie uns in der Bibel begegnet, ist eindeutig orientiert an ägyptischen Techniken. In Exodus 27 wird uns berichtet, dass der Altar im Tempel Hörner hatte, ja. Das ist kohärent mit ägyptischen Beschreibungen von Altären aus der Thutmose-Periode und danach. Der Altar des Tabernakel war metallverlegt über einem hölzernen Grund. Auch das war übliche Praxis in Ägypten. In Joshua 8,31, ja, da finden wir bezüglich Kanan an, in der späteren levantischen Periode steinerne Altäre, genauso wie es levantinische Praxis war. Das bedeutet, dass tatsächlich der biblische Bericht eine kohärente Geschichtsschreibung darzustellen scheint, mit überprüfbaren historischen Fakten, ja. Dann haben wir noch eine Brustplatte des Hohepriesters beschrieben, ja, Exodus 28,18 und 39,11, und da soll ein türkiser Edelstein darauf gewesen sein. Es gibt nur wenige Fundstücke in Mesopotamien und Kanan während der späten Bronzezeit bezüglich türkiser Edelsteine. Gänzlich abstinent in der archäologischen Dokumentation sind sie bezüglich Ägypten und dem Nahen Osten nach dem 12. Jahrhundert vor Christus. Babylonische und assyrische Texte kennen ebenfalls keine Begriffe für so etwas. Man hat keine bekannten Termini, um sich überhaupt auf solche türkise Edelsteine zu beziehen, wie es in der Bibel letzten Endes der Fall ist. Ägyptische Minen für türkise Edelsteine, ja, sind bis kurz nach Piramses noch in Gebrauch und in der Existenz gewesen. Das hebräische Wort, das dafür im biblischen Bericht verwandt wird, stammt übrigens interessanterweise ab vom Ägyptischen, und zwar vom Ägyptischen vor dem ersten Jahrtausend vor Christus. Das passt alles zusammen mit der Zeit vor der Verbannung des Piramses. Es gibt aber auch noch andere ägyptische Hinweise im Tempel, die für eine Basis auf einer früheren Tradition und gegen eine rein spätere von assyrischen Text gut geprägten Erfindung sprechen. Hölzerne Objekte, wie zum Beispiel Zeltstangen, wurden mit Goldfolien überzogen. Das begegnet uns im biblischen Bericht wie in ägyptischer Tradition. Das Leinengewand der Priester, ja, und das wird mit einem Wort im Exodusbericht beschrieben, das von einem ägyptischen Lehnwort stammt. Und die Unterwäsche der Priester, die auch getragen wurden, um ihren Intimbereich zu verdecken, wie wir es auch im Bericht des Exodus finden, ja, auch solche wurden in Gräbern ägyptischer Priester gefunden. Genauso wie die Menorah und die Feuerpfanne, die eine ägyptische Basis haben und auch Begriffe für die Priesterkleidung sind in diesem Bericht ägyptischer Abstammung. Das Lager selbst, das die Israeliten aufschlagen, ja, und wie es beschrieben wird im biblischen Bericht, passt zur Ramseszeit. Denn diese Militärlager, ja, da hatte der Pharao, da bildete das Zentrum dieses Militärlagers, der Pharao, auf dessen Thron zwei Falken mit ausgebreiteten Flügeln gegenüber voneinander sich gegenseitig betrachten, ja. Und im Numeri bildet die Mitte, also das Zentrum des Lagers, die Bundeslade mit zwei Cherubim, die die Flügel ausgestreckt gegenüber voneinander haben. Das passt also perfekt in den Zeitraum des ägyptischen kulturellen und historischen Kontextes, passt jedoch nicht zu späteren Zeiten wie den neo-asyrischen Lagern, die zum Beispiel ovalförmig waren. Die Rituale in Leviticus passen ins zweite Jahrtausend vor Christus. Ja, es gibt eine kulturelle Affinität zu einem solchen Zeitalter, ja, denn die Priester innerhalb des Heiligtums und Leute, die außerhalb, oder die Leviten, ja, die Priester innerhalb des Heiligtums, die dort arbeiten, und die Leviten, die außerhalb des Lagers arbeiten, ja, das ist ein Konzept, das uns bereits im frühen Hittitentempel genauso begegnet, ja. Auch die Strafen passen dazu, ja, die in der Bibel angedroht werden, ja. Der Transfer von Bösem auf die Tiere, ja, das passt zu dem, was wir aus Dokumenten des frühen Nahen Ostens wissen, ja. Und, ja, alles, was wir auch von Hittit, alles, das lässt sich auch entlehnen aus alten hittitischen Berichten, ja, und Bräuchen, die sich auch im biblischen Bericht nachweisen lassen und auch im rituellen Bericht und Kalender von Emar, ja. Ja, da haben wir zum Beispiel, zum Beispiel die zwei Feiern Passach und Zuckruh. Beide beziehen sich auf eine sehr, auf eine semitische Wortwurzel, nämlich Zuckaron, Exodus 12, 14, Leviticus 23, 4. Beide haben das Rösten eines Lammes, ähm, in ihren, in ihren Feierlichkeiten, ja, und die Verborgenheit von Gottes Antlitz. Eine Sieben-Tage-Sequenz und ein Start am 15. Tag des ersten Monats, so wie die heiligen Reliquien beim Essen und dem Fokus auf der Familie passen da zwischen den Berichten zusammen. Das Ritual, ja, dieser Hittiter, Blut und Öl während ihres Festivals auf Steine zu schmieren, begegnet uns tatsächlich so auch nur in Leviticus 8, 30, ja. Ja, vergleichen wir die rituellen Kalender in Emar 4, 146 und Leviticus 23, ersehen wir staunliche Parallelen, ja. Zum Beispiel der Name des Monats als primäre Identifikation des Monats und wie der Text organisiert ist, ja. Beide interessieren sich besonders für die erste Hälfte des Jahres, ja. Für den ersten und letzten Monat, ja, Monat lässt sich Folgendes sagen, ja, die Beschreibung ritueller Aktionen, ja, auf die, ähm, welche geschahen durch die Phrase mit der Präposition B, ja, ähm, genauso wie, ähm, dem Zählen der Tage und dem Wort für Monat, ja. All das ist, sind Parallelen zwischen Leviticus 23 und dem Emar Ritualkalender und auch verglichen mit Sukkot, ja, ist Sukkru ebenfalls parallelenreich, Deuteronomium 31, ja, ein Sieben-Tage-Intervall, erster und letzter Tag und ein 15. Tag des Monats. Natürlich gibt es auch mannigfaltige Unterschiede, doch die ganzen Parallelen zeigen, dass sie sich im Kontext derselben regionalen Kultur vor dem ersten Jahrtausend vor Christus entfaltet haben können und müssen. Gottes, äh, Bund mit Israel, wie er beschrieben wird in der Bibel, lässt sich perfekt mit dem hittitischen Korpus vergleichen, ja. Also Exodus und Leviticus, Deuteronomium und Joshua 24 mit dem hittitischen Korpus verglichen, ja. Da begegnet uns ein Titel, ein Prolog, Bestimmungen, Lektüre und Deposition, Deposition und Lektüre, Bezeugungen, Flüche und dann Segen. Bei späteren assyrischen Traditionen fehlen sowohl der historische Prolog, als auch gibt es keine Segnungen gegen die vorige Fluchsektion und keine Depositions- und Lektüre-Sektion. All das deutet letzten Endes auf eine Entstehung 1400 bis 1200 vor Christus als wahrscheinlichsten Ursprung dieser Traditionen hin und bezüglich der Kontext-Plausibilität muss das so kulturell und historisch-soziokulturell auch eingeordnet werden, ja. Und auch wenn die Berichte in Exodus und Leviticus, Deuteronomium und Joshua kleinere Abweichungen voneinander zeigen, ja, findet man das auch in hittitischen Dokumenten. Die Benutzung des Terminus Bund nur vor dem Fluch und dem Segen und dann die Benutzung des gemeinsamen Terminus von Bund und Eid ist ein Merkmal von Traditionen des späten zweiten Millenniums vor Christus, wie es uns auch in der Bibel begegnet und auch in den Texten des späten zweiten Millenniums vor Christus sich manifestierend in Inschriften, taucht so jedoch nicht in späteren Dokumenten auf. Die Begriffe für geschätzten Besitz oder Wächter des Bundes tauchen ebenfalls in dieser Zeit auf und passen besser zum mittleren Bronzezeitalter, diese linguistischen Merkmale des Textes. Dieses Genre und deren Struktur in alten Dokumenten impliziert auch für diese Zeit immer die Historicität der geschilderten Ereignisse und die Mühe der Autoren, dies auch tatsächlich zu tun, ja. Denn solche frühen Traditionen, die mit dieser Struktur geschrieben sind, basieren auf historischen Ereignissen und berichten auch akkurat darüber, weil sie so verstanden werden wollen. Die substanzielle Akkuratesse ist nämlich die Basis für obligatorische Verpflichtungen, wie wir sie dann auch in solchen Texten, wie auch diesen Lehrtexten von Gottesbund mit Israel im Alten Testament finden. Die Protestbewegungen des späten Bronzezeitalters, da kommen wir dann jetzt auch noch zur Historicität der Person des Mose und dessen zusätzlichen Beleg, ja. Die Protestbewegungen des späten Bronzezeitalters ähneln der Struktur des Exodusberichts sowie der Methodik des Exodusberichts, ja. Um einen Kontakt zur Regierung von Ramses III. herzustellen, braucht es nämlich mehr als einfach nur protestierende Arbeiter, ja. Denn diese Arbeiter streikten gegen die unfaire Behandlung von ihnen, ja. Um Zugang zum Gericht zu erhalten, ja, das dann letzten Endes hört, was diese hervorzubringen haben, an auch sozialer, kultureller und politischer Kritik, brauchte es einen Mediau mit Zugang zum Gericht. Und dieser Mediau, der wurde in dieser Zeit in Ägypten auch als Karawanenführer oder als Polizist eingesetzt. Also solche Leute wurden als Karawanenführer oder Polizisten oder Anführer von Protestbewegungen tatsächlich eingesetzt, ja. Und so einen brauchte es, weil der hat dann Zugang zum Gericht und konnte für diese Gruppe auch politisch etwas erreichen. Schauen wir uns nun Exodus 5, 1, 7, 10 und 8, 8 an. Dann ist ein historischer Mose in diesem Kontext sehr wahrscheinlich. Denn ein Mann mit Zugang zum Gericht musste natürlich ein gewisses Standing beim königlichen Gericht haben, um überhaupt ein funktionierender, guter Mediau zu sein, wie es Mose laut dem Exodusbericht auch gewesen ist, ja. Und, ja, so zum Beispiel kann das auch, kann ein solcher geeigneter Mediau der Sohn einer Tochter eines Pharaos sein, sodass die Protestbewegungen ihre Gedanken vortragen konnten, weil dieser Mediau Zugang zum höheren Geld, zum königlichen Gericht hatte. Das bedeutet, die Mose-Figur passt nicht nur perfekt in diesen historischen Kontext, ist in diesem historischen Kontext nämlich sogar nötig, nötig, um zu erklären, wie diese Protestbewegungen letzten Endes sich organisieren wollten. Und dazu wurden solche Mediaus eben auserkoren. Und das, was Mose in Exodus 5, 1, 7, 10 und 8, 8 gemacht hat, und so wie er beschrieben wird mit seinem Standing, passt das genau zu einem Mann mit Zugang zum Gericht, der ein Standing vor dem königlichen Gericht hatte und da Zugang dazu hatte, genauso wie es diese Protestbewegungen brauchten, damit dann letzten Endes das, was von ihnen historisch überprüfbar im Exodusbericht geschildert wird, dass dieser Mose das auch tatsächlich machen konnte und politisch überhaupt Einfluss haben konnte, den er auch hatte. Jetzt könnte man sagen, naja, es gab ja kein Alphabetsystem der frühen Israeliten. Das bedeutet, dann war man einfach nur auf mündliche, orale Tradition angewiesen. Das hat man dann später ausgeschmückt und das wurde dann doch irgendwann einmal in einem Rahmen asylischer Tradition verfasst. Aber das könnte nicht erklären, dass spätere Fälscher ein derart genaues Bild der damaligen Lage hinbekommen könnten, der damaligen ägyptischen Lage der Kultur und der soziokulturellen sowie historischen Hintergründe dieser Zeit. Abgesehen davon ist das Alphabet, das ist das Fehlen oder die Abstinenz eines Alphabetsystems der frühen Israeliten beziehungsweise die Postulation eines solchen historisch und sachlich falsch. Denn es gibt nachweislich eine alphabetische Form von Kanaanitisch, die sich auf Keramik und in den sogenannten Amarna-Briefen schon nachweisen lässt. Das bedeutet, das kann definitiv so als gesichert gelten und daher ist das auch kein Problem, daher besteht auch kein Problem für die Existenz einer frühen Tradition bis in die späte Bronzezeit. Was man noch zusätzlich zu Mose als historischer Person sagen kann, ist nun, dass er eben perfekt in diesen Kontext nicht nur hineinpasst, sondern im Kontext dieser historisch zuverlässigen Information zu solchen Protestbewegungen auch noch notwendig ist. Ja, zudem war Mose Ägypter. Das, er war auch ein Mediau und war eben auch in diesem Kontext plausibel, aber sein Name allein, ja, dass er ägyptisch ist für des Kindes, ja. Also Mose ist ein ägyptischer Name, der des Kindes bedeutet, ja. Und das sieht man ja schon an den Wurzeln von Thutmose und Amose, dass er eben, weil das ja auch diese ägyptischen Pharaonen alle hießen, auch in diesen ganzen Dynastien, dass er eben einen ägyptischen Namen trägt, weil er in der ägyptischen Kultur, im ägyptischen Kontext verwurzelt ist und damit eine ägyptische Persönlichkeit gewesen ist. Und seine midianitische Verwandtschaft und seine midianitische Frau Zippora. Was hat das nun mit dieser midianitischen Verwandtschaft zu tun und was hat das mit dem Ägypter noch einmal für eine zusätzliche historische Bedeutung, ja. Moses als ägyptischer Name und seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Midian sowie ein in der Königszeit mit Mose in Verbindung gebrachter Kultgegenstand am Jerusalemer Tempel, ja. Die eher eine Schlange, der eine Huschtan, ja. Da ist eine spätere Erfindung aus tendenzkritischen Gründen eigentlich ausgeschlossen, ja. Es ist einfach nicht erklärlich, dass die Tradition dem Mann, den sie als Begründer des Genuin-Israelitischen ansah, ausgerechnet einen ägyptischen Namen beilegte. Zudem spricht die Schreibweise für ein hohes Alter des Namens, da sich in der hebräischen Wiedergabe des ägyptischen S-Lautes die Phonetik des zweiten Jahrtausends vor Christus spiegelt, ja. Und ähnlich wie der Name verstößt auch die Heirat mit der ausländischen Priestertochter gegen den späteren religiösen Anstand. Hinzu kommt, dass sich die schweren Konflikte der Midianiter mit den mittelisraelitischen Stämmen in das kollektive Gedächtnis Israels eingebrannt haben, siehe Richter 6 bis 8. So ist auch hier aus tendenzkritischen Erwägungen mit einer historischen Reminiszenz zu rechnen. Die Verbindung mit den Midianitern verweist geografisch in die Region zwischen Topenmeer und dem Golf von Aqaba. Damit ist eine Verbindung mit den Ereignissen eines Auszugs aus Ägypten auch nicht ausgeschlossen, sondern sogar impliziert, zumal eine Flucht aus Ägypten nach Palästina jenseits der bewachten Küstenstraße durch das Gebiet der Midianiter führen musste. Darüber hinaus scheint es im Jerusalem der Königszeit einen Kultgegenstand, in Gestalt einer Schlange gegeben zu haben, deren Installation auf Mose zurückgeführt worden ist. 2. Könige 18, 4 vergleiche Nummeri 21, 4b bis 9. Installation und Verehrung des Nehuschtan verstoßen massiv gegen die Forderungen der mosaischen Tora, Exodus 20, 4 folgende. Auch hier scheint also eine spätere redaktionelle Erfindung in diesem Fall ausgeschlossen, zumal die biblische Überlieferung nur berichtet, dass der fromme König Hiskia diesem aus deuteronomistischer Sicht Unfug ein Ende bereitete. Das bedeutet, wir haben Kernüberlieferung zum historischen Mose, der ihn als historische Person im Kontext des Ägyptens des 2. Jahrtausends v. Chr. verankert und dadurch, dass wir gewisse Dinge über Mose haben, die schwerlich als spätere redaktionelle Erfindung und Überarbeitung angesehen werden können, jeden Grund anzunehmen, dass der biblische Mose, der Prophet, definitiv ein historischer Karawanenführer gewesen ist und im Kern auf einen Menschen zurückgeht, der eine prophetische Bewegung angestoßen hat und der letzten Endes dann eben auch ein Mediau war, der sich eben für diese Protestbewegungen der Arbeiter, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben, eingestanden hat und somit auch eben auch ein gewisser Gesetzesgeber war, der dann auch perfekt in die Landnahme hineinpasst, dann auch in die Funktion, was man damals über diese Führer wusste, dass sie eben solche Gesetze für ihre Sippen gaben, um diese zu ordnen und gewisse religiöse Sitten pflegen und gewisse religiöse Traditionen, Anbindung an einen Gott, sodass wir letzten Endes sagen müssen, dass die Hypothese, Mose sei keine historische Person, sondern reine mythologische Konstruktion gewesen, eigentlich so gut wie ausgeschlossen werden kann. Definitiv und zweifellos geht Mose, der Prophet Mose, auf eine historische Gestalt zurück, die sich in dieser frühen Zeit, in der er auch konstruiert und gemalt wird, verankern lässt. In diesem Sinne sieht es gar nicht so düster aus, wie die Skeptiker es uns oftmals vormalen. Ganz im Gegenteil, wir haben es beim biblischen Bericht offenbar mit einer zuverlässigen Erfassung dessen zu tun, was wir an Ereignissen zuverlässig über das zweite Jahrtausend vor Christus erwarten würden. Alles in allem spricht das für das biblische Narrativ. Keineswegs dagegen.